Das kleine Firefox-Phone liegt mit seinem 3,5-Zoll-Display gut in der Hand. Das orange Gerät ist recht auffällig, eine grüne Version ist ebenfalls verfügbar. Beim Entsperren kann man zwischen der Kamera oder dem Startbildschirm wählen. Schon beim Scrollen in den App-Übersichten merkt man, dass hier günstige und damit auch langsame Hardware zum Einsatz kommt. Interessantes Detail in den Einstellungen, der USB-Speicher lässt sich einfach deaktivieren, so kann man das Smartphone auch an fremden PCs laden, ohne dass diese gleich Zugriff auf die Daten auf dem Telefon haben. Die Suche fungiert als Meta-Suchmaschine und findet auch Webdienste, die eine mobiltaugliche Oberfläche anbieten. Zudem legt das System ein zur Suche passendes Bild in den Hintergrund. Beim Surfen stört nicht nur die Geschwindigkeit des Prozessors, Laden und Rendern der Webseite dauert recht lange, sondern auch die geringe Auflösung des Displays. Abenteuer die Menschen mit dem Talent